Vor dem Spiel, als ich gesehen habe, war er ein bisschen traunen oder was heißt das? Ja, dann habe ich auch ein bisschen geohrt. Das war ein starker Augenblick. Aber er hat ein ganz starkes letztes Heimspiel gemacht und ich bin einfach stolz, dass er mit ihm gespielt hat. Er ist ein super Spieler, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch ein Spiel und danach können wir so viele gute Sachen über ihn gesprechen. Ja, das ist auch ein gutes Gefühl, dass keiner von hinten uns vorbeigehen konnte. Das lässt uns ein bisschen mehr Ruhe, aber wir haben keine zu verlieren. Wir können zum Wolfsburg gehen und das ist einfach eine Gewinnsituation für uns. Wir wollten auch probieren, so ein guter Wolfsburger unter Druck zu sein und uns so ein Spiel zu machen. Aber sie hat auch eine Klasse Mannschaft, das muss ich klar sagen. Aber ich hoffe, dass es ein super Spiel kommt. Halvor der Freude fasches ist zum favoriteheben und mache leichter worse. Vielen Dank.